Tee, Kaffee, Mord. Folge 25. Tod im Morgenrot. Von Alan Barksdale. Es liest Vera Teltz. Prolog. Meine Kinder, ich habe frohe Kunde für euch. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird ein astrales Ereignis höchster Ordnung stattfinden. Ich verrate euch nicht so viel, wenn ich euch sage, dass sich der Stein von Isarta aus dem Grund der Erde erheben und mich hinauf befördern wird in die Sphäre von Kaila. Ja, ihr habt richtig gehört. Kaila, die Mächtige, hat mich auserwählt, mich an ihrem Wissen und ihrer Weisheit teilhaben zu lassen. Mit diesem Wissen und dieser Weisheit werde ich zu euch zurückkehren, damit wir uns gemeinsam auf die Zeit des Debradi vorbereiten können. Der Mann machte eine Pause. Damit gab er den Empfängern dieser Botschaft die Möglichkeit, vor Begeisterung nach Luft zu schnappen oder einen Freudenschrei auszustoßen, ohne eines der nachfolgenden salbungsvollen Worte zu verpassen. Dann fuhr der Mann mit dem engelsgleichen Antlitz und den bis weit über die Schultern reichenden goldblonden Haaren fort. Es ist uns nach langer und intensiver Suche gelungen, die Position des Steins von Isarta zu bestimmen. Dabei haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, um diese heilige Stätte wiederzufinden, die seit den Kriegen um die Krone von Burel als verschollen und für alle Zeit verloren galt. Er lächelte versonnen und seufzte. Oh ja, ich kann eure Freude über diese Nachricht spüren. Sie kommt mir wie die Wellen des Ozeans von allen Seiten entgegen. Es ist... Es ist... Seine Stimme versagte, denn er musste offenbar mit den Tränen der Glückseligkeit ringen. Er schluckte zweimal, dann redete er gefasst weiter. Schon bald werdet ihr wieder von mir hören, denn sobald die Gesandten von Kaila mir weitere Einzelheiten übermittelt haben, werdet auch ihr den genauen Ort und den Zeitpunkt meines Aufstiegs erfahren. Liebe, Glück und Erfolg. Das wünscht euch wie immer euer Garlathorm. Der Mann spreizte Daumen und kleinen Finger ab und berührte mit den verbliebenen drei Fingern seine Stirn. Dann schloss er langsam die Augen. Okay, das war's, sagte eine andere Männerstimme. Dann legen wir noch deine goldene Aura drauf, dann kann der Clip in der nächsten Woche online gehen. Jason Abrahams sah zu seinem Geschäftspartner Craig Iverman. Und? Wie war das? Im vierten Anlauf war's perfekt, erwiderte der andere Mann. Die Leute werden vor Begeisterung aus dem Häuschen sein. Abrahams nickte zufrieden. Liegen wir mit den Bauarbeiten im Zeitplan? Iverman machte eine beschwichtigende Geste. Keine Sorge, Jason. Es läuft alles bestens. Haben wir eine Rückmeldung von diesem Black... Water? Black Feather, meinst du? Korrigierte ihn Iverman. Alles erledigt. Wir haben von Freitag bis Montag alle Zimmer reserviert. Die Bestätigung habe ich zu den Akten gelegt. Hervorragend, sagte Abrahams erfreut. Konntest du einen guten Preis aushandeln? Der andere Mann verzog den Mund. Nur fünf Prozent. Fünf Prozent? Wiederholte Abrahams. Nur fünf Prozent? Du wolltest doch 30 rausholen. Ja, so viel ist nicht rauszuschlagen, wenn die Chefin einem klar macht, dass vor allem an den Wochenenden auch ohne und so gut wie alle Zimmer vermietet sind. Abrahams brummte missmutig. Hast du wenigstens die Anzahlung drücken können? Iverman zog eine Augenbraue hoch. Was soll das bedeuten? fragte Jason Abrahams. Das bedeutet, dass wir 75 Prozent Anzahlung leisten müssen. 75? An welche Drachenlady bist du denn geraten? Gab Abrahams ungläubig zurück. Wie gesagt, die bekommen ihre Zimmer auch ohne uns vermietet, machte Craig Iverman ihm klar. Warum sollte diese Miss Ames das Risiko eingehen, für uns alle Zimmer freizuhalten, wenn wir nicht auftauchen und sie dann nur mit den 20 Prozent dasteht, die wir zahlen wollten? Und das Blackfeather liegt nun mal so günstig, dass es dumm wäre, zur Konkurrenz zu gehen, die meilenweit entfernt ist. Ich weiß ja, dass du recht hast. Dann machen wir eben die VIP-Karten so teuer, dass wir ohne Verlust dastehen, wenn irgendetwas dazwischen kommt und wir unsere Anzahlung verlieren, beschloss Abrahams. Die Leute zahlen sowieso, was wir wollen. Ganz genau, stimmte Iverman ihm zu. Erstes Kapitel, in dem es in Nathalies Büro zugeht wie in einem Taubenschlag. Gut ein halbes Jahr später. Mir ist langweilig. Louise Cartham sah von dem Kochbuch auf, in dem sie die letzte halbe Stunde geblättert hatte, nur um von Zeit zu Zeit den Kopf zu schütteln und frustriert zu seufzen. Ihr Blick wanderte zu Natalie Ames, ihrer besten Freundin, die zugleich ihre Chefin war. Natalie starrte auf ihren Schreibtisch, auf dem eine Unterschriftenmappe lag. Das tut mir aber leid, sagte Louise mit einem spöttischen Unterton. Ich kann mich ja noch mal entführen lassen, dann ist dir vielleicht nicht mehr so langweilig. Oh Gott, hör bloß auf damit, rief Natalie erschrocken und warf ein zusammengeknülltes Blatt Papier nach ihr, das Louise lässig mit dem Kochbuch abwehrte. Ich kann es noch immer nicht fassen, wie vergleichsweise locker du damit umgegangen bist, dass diese Leute dich in ihre Gewalt gebracht haben, um einen Schwerverbrecher frei zu pressen. Louise zuckte mit den Schultern. Ich hab dir doch gesagt, dass ich schon in wesentlich größerer Gefahr gewesen bin. Als Agentin musst du damit rechnen, dass dir sowas jederzeit widerfahren kann. Man wird dir auch für den Umgang mit solchen Situationen geschult. Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren. Leichter gesagt als getan, würde ich meinen. Das Einzige, was mir wirklich Sorgen bereitet hat, wart ihr alle, fuhr sie fort. Mir war ja klar, dass ihr nicht einfach da sitzen würdet, und das hat mich beunruhigt. Ich wollte nicht, dass ihr euch in Gefahr begebt, um mich zu retten. Na, es ist ja alles gut ausgegangen, sagte Natalie. Nur nicht für die Entführer. Hast du eigentlich über deine Kontakte herausfinden können, wer die vier waren? Keine Chance. Da ist erst vor kurzem von ziemlich weit oben in der Hackordnung noch einmal verbreitet worden, dass es sich um die Opfer eines Bandenkriegs im Rockermilieu gehandelt hat. Bandenkrieg im Rockermilieu? Wiederholte Natalie verdutzt. Das klingt aber ziemlich weit hergeholt. Richtig, bestätigte Louise. Was wiederum bedeutet, dass ein paar wichtige Leute in die Angelegenheit verstrickt sind. Mit anderen Worten, niemand hat ein Interesse herauszufinden, wer die Hintermänner sind? Niemand außer mir, sagte Louise. Also musst du deine Neugierd zügeln? Louise grinste sie an. Ganz im Gegenteil, meine Liebe, ganz im Gegenteil. Nachdem sie einen Schluck von ihrem Kaffee getrunken hatte, fuhr sie fort. Ich lasse mich doch nicht entführen und die Drahtzieher ungeschoren davonkommen. Das wird zwar eine Weile dauern, doch ich bin mir sicher, dass ich die Verantwortlichen zur Rechenschaft werde ziehen können. Wenn du Hilfe brauchst, werde ich kein Wort sagen. Führte Louise den Satz für sie zu Ende. Außer es ist absolut notwendig. Ansonsten gilt, je weniger du weißt, desto besser für dich. Dir ist aber schon klar, dass sich meine Langeweile nicht darauf bezog, nicht wahr? Vergewisserte sich Natalie und lächelte erleichtert, als sie Louise nicken sah. Ich bin nämlich ehrlich gesagt sehr froh darüber, dass es nach dieser Aufregung in den letzten Monaten zur Abwechslung mal ruhig zugegangen ist. Du meinst, weil es keine Einbrüche, Diebstähle, Morde, Brandschatzungen und Ähnliches gegeben hat? Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Louise verzog den Mund. Allerdings verlangt die Statistik, dass sich bald wieder was tut. Schließlich klären wir alle 3,2 Monate einen Fall. Hast du das etwa ausgerechnet? fragte Natalie verdutzt. Nein, das ist einfach eine Zahl, die mir spontan durch den Kopf ging, antwortete die Köchin. Auf jeden Fall ist seit unserem letzten Aufreger genug Zeit vergangen, um den nächsten folgen zu lassen. Sag das bloß nicht zu laut, sonst geht gleich die Tür auf und irgendwer verkündet, dass ein Mord geschehen ist, warnte Natalie sie. Und dann haben wir wieder Aufregung. Dafür bräuchtest du dich nicht mehr mit Langeweile herumzuschlagen, gab Louise mit einem Augenzwinkern zurück. Nein, im Ernst, wir wollen nicht hoffen, dass so schnell wieder etwas passiert. Darauf habe ich mich mit Langeweile auch gar nicht bezogen, beharrte Natalie und verdrehte ihrerseits die Augen. Wie ging es um? Wo ist Ronald? Die Frage, die Nathalies Erklärungsversuch ein abruptes Ende setzte, kam von Yoshiko Takahashi, die seit gut einem halben Jahr Nathalies Assistentin war. Jemanden wie sie hatte Natalie spätestens nach der Erweiterung des Black Feather dringend benötigt.